Servus, wir sind auf dem Test-Server und wenn ihr das Video seht sind es noch ein paar Stündchen bis 2 Uhr, bis ihr die Prüfung spielen könnt. Belohnungen sind wie immer gleich, Haupt- und Nebenbelohnungen. Deswegen würde ich sagen, ab geht's. Machen wir gleich den hier unten. Sollte eigentlich passen. So sieht es aus. Wir spielen vorne Torne und Skriat. Hinten Respen, Nara und Leofric. Genau, damit haben wir den geschafft. Gehen wir gleich hier nach links unten. Und hier nutzen wir wieder genau das gleiche Team. Damit haben wir den auch geschafft. Jetzt können wir gleich nach links. Da ist er. Die beiden. So, wir spielen von Tidus und Gresul. Hinten Wurk, Varek und Leofric. Genau, damit haben wir das jetzt auch geschafft. Wir nehmen gleich noch den Kampf daneben. Denn hier nutzen wir gleich wieder dasselbe Team. So, dann gehen wir gleich zu dem hier hinter. So, und hier nutzen wir Rovan, Govo, Phon und hinten Forkus, Raine und Leofric. Genau, dann haben wir es geschafft. Wir können mal kurz gucken. Hat sogar Leofric den meisten Damage gemacht. Überraschend. Und dann gehen wir noch kurz runter und holen uns den letzten Sieg. Wir nutzen wieder das gleiche Team. Also Rovan und Govo, Phon. Und hinten haben wir Forkus, Raine und Leofric. Sollte eigentlich so passen. Tja, da haben wir wohl den stummen Modus verpasst zu deaktivieren. Naja, auch so was passiert. Aber ich fange jetzt nicht nochmal neu an. So, damit haben wir es geschafft. Und ab geht's. Dann haben wir die 60 Steinchen. Wie jedes Mal. Die machen wir noch schnell auf. Oh, können sogar drei aufmachen. Ui. Sehr nice. Schöner Pull. Freut mich. Na dann, ich wünsche euch maximal Erfolge. Hoffentlich habt ihr mit euren 60 Steinchen mindestens genauso viel Glück wie ich. Und ja, dann wie immer einen wunderschönen Tag, Abend und bis dahin. Ciao, ciao.